380 kV-Freileitung Stendal West-Wollmirstedt 50 Hertz hat den Ersatzneubau der 380 kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Stendal West und Wollmirstedt Mitte Mai 2020 in Betrieb genommen. Die Errichtung der 87 Maste und der anschließende Seilzug dauerte ein knappes Jahr. Mit dem Vorhaben wurde der erste von sechs Abschnitten des Gesamtprojekts Netzverstärkung Güstrow-Wollmirstedt realisiert. Bei diesem soll eine alte, aus den 1950er Jahren stammende 220 kV-Leitung durch eine leistungsstärkere 380 kV-Verbindung ersetzt werden. Die neu errichtete 380 kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Stendal West und Wollmirstedt verläuft parallel zur bestehenden 380 kV-Freileitung Lubmin-Wollmirstedt, hier in gelb dargestellt. Diese Bündelung folgt dem Planungsprinzip, sich an bereits vorhandenen Infrastrukturen zu orientieren. Die neue 380 kV-Leitung nutzt dabei auf rund zehn Kilometern auch die alte Trasse der 220 kV-Freileitung. Hierfür musste diese temporär abgeschaltet und die Masten in diesem Bereich zurückgebaut werden. Mit der Inbetriebnahme der neuen 380 kV-Freileitung ist der erste Schritt vollzogen, um die alte 220 kV-Leitung, die von Güstrow nach Wollmirstedt führt, komplett zu ersetzen. Östlich von Großschwarz-Losen schwenkt die neue Leitung auf die Trasse der 220 kV-Verbindung ein. Über ein Provisorium wird ein System der bestehenden 220 kV-Freileitung mit dem neu errichteten Ersatzneubau verbunden. Eine Seite des Ersatzneubaus wird temporär mit 220 kV betrieben. Das ist notwendig, um die nördlich vom Umspannwerk Stendal-West gelegene Infrastruktur weiterhin am 220 kV-Netz zu halten und die Stabilität des Gesamtsystems zu gewährleisten. Mit Bau und Inbetriebnahme der weiteren Abschnitte der Netzverstärkung Güstrow-Wollmirstedt kann die 220 kV-Leitung ersetzt und vollständig zurückgebaut werden. Kurz vor dem Umspannwerk Wollmirstedt springt das System des Ersatzneubaus in den Ersatzneubaus, welches temporär mit 220 kV betrieben wird, per Steilverbindung wieder auf die Bestandsleitung. Die Maste der 220 kV-Leitung südöstlich der Deponie Farsleben bis nach Uchtdorf werden schon jetzt zurückgebaut.